So, Handys kommt zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Es geht los, was ist Sinn? Äh, im letzten Mal haben wir ganz viel gemacht und jetzt ist Maliff da und hi. Hi, na, es geht? Ja, wir, äh, machen hier so ein DLC. Es wird jetzt so alle Leute so denken, die an Gien haben so, Warum macht ihr denn den DLC zuerst? Der ist doch, glaube ich, der schwerste, ist es der schwerste oder der zweite schwerste, ich weiß es nicht. Ist jedenfalls einer der schweren. Das ist uns egal, denn wir sind Skiller. Ja, und ich hab die anderen Items nicht und hat keinen Box hier zu holen. Achso, ich meine, wir sind Skiller. Wir lesen Tafeln. Hurra! Verboten ist der... Ich bin dabei. Ich weiß, wie man liest. Na, ich wollte ja sicher gehen. Ja. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Ohne Spur von Wasser und Weg wird Elenderversuchung widerstanden. Wie dann natürlich mit I, eh? Ähm, nicht wahr? Was widerstanden bei mir ist nur mit I. Du guckst auch noch nach, Mensch. Ja. Wer war doch gerade dem schönen Deutsch-Bettel-Mensch. Ich wollte gerade schon den Rotstift auf mein Bildschirm drücken und dann das E wegstreichen, aber da hast du mich gerade reingelegt. Ich bin vernünzt. Okay, okay. Eindringlinge werden sich Ungemach stellen müssen, wie es sich eines Königs gezehnt. Elium Lois, das Land des Weißen Königs, ist ohne einen Hauch von Wärme in Todeskälte erstarrt. Okay. Klingt schön. Untersuchen wir das jetzt mal. Hallo Frau Ungemach. Sie wird uns ihre Katzen auf den Hals jagen. Okay. Ich bin jetzt im Brunnen drin, also so. Ja, und du auch. Ja, ich auch. Wow, hier ist ja gar kein Schneesturm mehr. Oh, hier ist ja Schnee. Krass. Krass. Das sieht ja richtig geil aus. Ich weiß nicht, was du siehst. Du siehst wahrscheinlich erschlossen, ne? Ja. Ja, cool. Okay, kannst du hier schon, kann ich dich hier schon sammeln? Ich glaube schon, ne? Ja, hier schon online anscheinend. Dann leg mal auf, die sage ich jetzt, sind doch nicht solche komischen Statuen, ne? Mit so Platten davor. Ja, 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 ja. Leg mal auf die erste ganz links, wenn man reinkommt. Auf die erste ganz links, okay. Inventory. Dann, äh, mein Speckstein. Bist du einfach noch gar nicht vorbereitet hier? Mensch. So, lass mal da hin. Wir lassen das drin. Nee, noch nicht. Oh, wir können auch jetzt schneiden eigentlich, ne? Ach, ist doch egal. Hier, das ist jetzt so ein spannender DLC anfangen, hier. Erstmal. Wooo! Genießen hier das Warten auf Malf. Äh, und nochmal. Bin ich jetzt da? Nö, noch nicht. Nö, nö. Äh, und... Jetzt. Vielleicht sollten wir doch schneiden. Okay, ich mach jetzt einen Schnitt, wir sehen uns gleich. So, da ist der Malf. Yay! Yay! Yay, jetzt ist es geklappt und so. Yippie! Yippie! Er hat sich schon gespoilert, er ist da weitergegangen, dann ist irgendwas passiert. Ein Schritt. Ah, gönne! Einfach genau hier! Ich sag ja, ein Schritt. Ein Schritt! Oh, wow! Kett um. Okay, wir sollen wieder gehen. Kommst du, Malf? Ja, ich komm. Okay, das war das DLC. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass uns die Kommentare da. Und wir gehen gleich doch weiter, weil ich glaube, sonst geht es hier nicht voran. Oh, verdammt! Ja, echt, ey, ne? Wenn wir einmal auf die Anweisungen von irgendwas achten, aber das bringt einfach gar nichts, ne? Richtig gemein. Also Kinder, immer schön nicht den Anweisungen folgen. Oh, das sieht kalter in deinem Voraus. Ja, mir ist kalt. Ich glaube, wir müssen kuscheln. Okay. Gefrorenes Ilium Loise. Okay. Gemütlich. Ja, sehr gut. Hier würde ich gerne wohnen. So, wenn wir rechts oder links lang? Äh. Äh. Rechts. 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 Sehr gut. Warum denken wir in dieselben Sachen, Mensch? Naja. Oh mein Gott, ein Wunder. Oh, er macht keinen Schaden, weil er mich nicht getroffen hat. Ich bin gut. Hast du gesehen, wie wir es gelingt hatte und so? Und dein Schwert war auch cool. Ja. Ha, Sachen zum Erkunden. Ist das nicht so wundervoll? Ich wollte schon immer Sachen erkunden wieder. Und wie gesagt, die DLCs sollen ja vom Aufbau auch sehr cool sein und so. Oh, mach einer. Und deswegen freue ich mich, das hier zu erkunden. Ich kenne den ersten DLC ein bisschen, den Sunken King. Äh, da habe ich ein Netzplay vom Guck damals. Und von dem Restlichen kenne ich so ein bisschen die Bosse, habe ich schon mal gesehen. Aber, ja. Relativ blind. Sehr blind. Also, für mich fast ganz blind. Was hat meiner denn gerade gemacht? Keine Ahnung. Okay, wollen wir hier lang? Nein, hier geht es anscheinend nicht lang. Doch, klar. Das sieht voll lang gehe ich aus. Ja, also ich meine, in der Realität gehöre ich darüber. Ich auch. Aber nur in der Realität. Ha, ha, ha. Ha. Ich meine, es gab in Daxos zwei so viele Orte, wo ich einfach drüber klären könnte. Oder sogar einfach drüber gehen könnte. Oh, ist das dein PC hier? Keine Ahnung, aber wir könnten erstmal den Gegner dahintönen. Ja, ich bin schon dabei. Fick dich. Äh. Äh. Okay. Ich trinke mein nächstes, ne? Mach mal. Nachricht lesen. Hinterhalt voraus. Ich denke mal, der Gegner war gemeint. Aber man kann mit ihm nicht reden. Vielleicht... Okay, bis ein Gegner, es greift immer nicht an, oder? Nö, greift nicht an. Ist aber nur... Deko. Es hat gerufen. Wahrscheinlich bricht jetzt die Hölle über uns herein. Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt den DRC mal so einen Hard-Mode angeschaltet. Ja. Super gemacht, man. Ich meine, ich habe draufgehauen, aber es ist mir egal, du hast sie getötet. Glaube ich. Ja, habe ich. Ja, alles ist deine Schuld. Ich hatte gerade vor, aufzuhören, weil ich gemeint habe, dass ihr nicht angreiftet. Aber du greifst einfach durch die Unschuldigen weiter an, ey. Ja. Ja. Ist das ein abendliches Licht? Ah, es leuchtet. Okay. Da, gerade aus, in dem Turm drin. Äh, oh, okay. Siehst du da kein Licht drin? Ach, Mensch. Man ist schon so blind für diese, für die schönen Dinge der Welt. Hier, oh, Hunde! Eishundis! Eishundis! Ich schaffe gar nichts, ich lasse die Hunde über dir übrig. Ich haue einfach ein paar Mal in die Luft rum, okay? Du weißt gerade alle Gegner bei mir übrig. Habe ich ja gemacht, wie gesagt. Ja. Aber das ist halt, äh, das liegt an meinem hier geilen, äh, Großschwert. Äh, das hier sieht irgendwie wie die falsche Wand aus oder so. Ja, ja, habe ich auch gedacht, aber war nicht. Ne? Alles ganz normal hier. Oh, ein Schatz! Echt, ey. Okay, ist das ein gutes Item da? Äh, ja, Flügel, Lanze, plus sieben. Könnte gut sein. Was? Flügel, Lanze, plus sieben. Ich sagte krass, nicht was. Ach so. Ja, tut mir leid, Mann. Ich bin halt nicht so der... Äh, ist da ein Item bei der Leiche? Ja, ich, ich, ich geh jetzt mal. Ja, geh mal. Ich wollte gerade die Waffe... Ihh, geh mal! Ja, schon fast so eine G, Mann. Oh. Ich schaffe das Item nicht aufzuheben, Mann. Fackel, fünf Stück, oh wow. Yay! Yay! Und das so gut versteckt, ne? Ja. Okay. Ich habe Angst. Ich habe Angst, überall. Mach keine Sorge, ich bin ja vor dir. Haha. Oh, das sieht ja nett aus da unten. Das sind drei. Hier ist so ein Vibe wieder. Soll ich sie wieder töten? Ja! Oder soll ich sie töten? Wie du willst. Komm mal drauf. Uuuh! Verdammt. Das ist also dein Großschwein. Cool. Sie ist zu stark. Jetzt aber. Ah! Ich geh für noch ein Versuch. Nee, sie ist noch aufgestanden. Okay. Ah! Hussi. Okay. Cool. Meinetwegen. Boah, die Zaubern. Hm. Das ist ziemlich heftig, was hier abgeht. Voll krass, Mann. Noch einer. Ja. Stürb! Ja, so das DLC-Gebiet kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Die Bossen werden wahrscheinlich das Hauptproblem, denke ich mal. Ja, das denke ich auch. Na ja, zu zweit schaffen wir das schon. Und so, vielleicht. Mit der Macht der Freundschaft. So, stirb, Vibe. Okay, greifst du jetzt an? Sie hält auf jeden Fall irgendwas in der Hand. Ein Messer oder sowas in der Art. Nein, sie greift nicht an. Ja, aber ich wollte es mir angucken. Ich wollte ihr Charakter-Designer ein bisschen betrachten und darüber nachdenken, was sie so ist. Nein, sie ist eine Frau, sie muss getötet werden. Okay. Mein Löw ist sexistisch, Leute. Du bist mit Magie beschossen. Ja, ich sehe das schon. Du spielst das vor allem schon. Au, au! Okay. Oh ja, komm mal mit, komm mal mit. Rettet mich! Oh Gott, schau's da! Rettet mich! Angeblich ist ein Geheimfahrt voraus, aber irgendwie glaube ich das nicht. Du kannst es, glaube ich, nicht öffnen, oder? War... Nee, ich glaube auch nicht irgendwie. Naja. Eine Nachricht, die lügt? Ja, ist was ganz Neues, ne? Also ich habe noch nie so eine Nachricht, wie Geheimfahrt voraus gehört, obwohl da gar kein Fahrt war. Also... Was ist hier denn los? Echt, ey. Das DLC ist mega böse. Richtig. Wahrscheinlich vom Spiel eingebaut, die Nachricht, ne? Zur Fluchtsort. Oh, super. Wow. Da kam wieder ein Zauber von irgendwo. Ja, da oben. Ja, da oben, okay. Rennst du mal da hoch, ich tue das weiter unten. Das ist viel wichtiger. Okay, ja, das ist auch schwieriger. Hast du recht. Das ist schon... Nein, das ist nicht schwieriger, aber das ist halt so eine geeignete Herausforderung für einen Toaster. Das stimmt wohl. Da ist dir recht. Oh, ist hier neben mir. Kann man sich gleich stemmen, die Gegner hier? Nee, oder? Ich glaube nicht. Doch, kann man. Kann man? Okay. Habe ich jetzt gerade nicht geschafft, leider. Ja, du bist auf dem Toaster. Ey. Versucht, springen. Wohin? Okay. Dann halt nicht. Was ist hier drin? Oh, hier ist der Nebel vorbei. Hinterhalt voraus. Okay. Pass mal auf, jeder der Eck ist ein Gegner gleich. Oder, okay, hinter den Kisten vielleicht auch einfach. Öffnen. Was geht dir denn so ab? Aha, ich will die öffnen. Was? Ach, ein Hundi ist das und drei Gegner. Okay. Ein Hundi ist kein Gegner, ne? Drei humanoide Gegner. Schön. Okay. Ja, die normalen sind schwach, aber es gibt halt diese, die irgendwie so mit Eis gepanzert sind, ne? Ja, ja. Also ich will jetzt mal in den Raum da hinten, glaube ich, gehen. Ja, ja. Ja, ja. Weil hier ist auch eine Treppe nach oben. Oh, oh. Ah, durch die Wand. Schieß halt durch die Wand. Genau. Mach das mal. Kann man mal machen. Ja, finde ich auch ganz fair. Hey. Hüse. Die sind vier bösen Wörter hier. Mensch. Wieso? Ich hab doch nur Hüse gesagt. Boah, hier sind auch zwei von diesen Weibern wieder. Was machen die ganzen Weiber hier, ey? Diese Bitches. Wir werden einfach alle töten, obwohl die eigentlich gar nichts machen. Das ist es ja. Gerade die, die nichts machen, sind wahrscheinlich die schlimmsten. Ja, irgendwie ganz am Ende sind wir gerade am Ende angekommen, auf einmal stehen die so eine Armee aus 50 von denen hinter uns. Alter. Ah. Ah. Lauf. Ey, ich wollte mal wegsträmmen und er ist weggelaufen. Ich weiß gar nicht, was das war, was du da getan hast. Du triffst ihn jedenfalls gerade irgendwie nicht. Er läuft ja bei mir hinterher. Mann, jetzt bleib doch mal stehen. Bäm. So. Bitch. Arsch versohlt. Ja, tu mal so, als würdest du hier irgendetwas machen. Ist klar. Guck mal, guck mal, die letzten Schlag mache ich. Ring voraus. Unten. Äh, vielleicht. Mein Lauf. Wie sicher hältst du das? Äh. Wenn du den Silberkatzenring anziehst, dann... Ja, aber kann man da wohl... Ich weiß nicht, ob ich da runter sollte. Ja, lass uns erst mal da... Die Tür gehen da unten. Ja. Ja. Cool. Machen wir das. Klingt nach einer guten Idee. Ey. Diese Kisten hier. Was? Ich mach die Kisten der Größe. Okay. Meinetwegen. Dann zerstören sie halt. Hab ich. Ja. Wir töten ja schon alle unschuldigen Frauen. Und dann können wir auch in der Kiste töten. Ja. Seh ich genauso. Ey. Ey. Hast du gesehen, wie der mich angegriffen hat? Einfach so? Einfach so? Wie hat der dich angegriffen? Einfach so? Simon. Was? Diese Bitches. Oh nein, Bitches. Oh nein. Oh Gott. Das ist mein Auftrag. Du fühlst ja mal hier. Ja, ja, wie immer. Ich töte die starken Gegner hier. Mhm. Mhm. Ich bin begeistert. Ich auch. Du bist viel stärker als ich. Ach, echt? Ja, echt. Könntest du das auch mal mitbekommen? So, links oder rechts? Rechts. Wie immer. Da geht's runter, da will ich nicht. Ist da ein Leuchtfeuer? Ja. Da ist ein Leuchtfeuer? Ja, guck doch mal da runter. Oh. Oh. Dann will ich erst recht nicht hin. Ich will erst mal deinen. Howdy. I'm Flau. Ich weiß. Flau is a Flau. Was machst du? Ich modierst du? Okay. Ich modiere dich nicht. Mann, ich wollte den ganzen Schirm backstampen. Hurra für Bettler. Ja, hurra. Wo ist denn voraus? Irgendwie nach was aus? Kann das sein? Da steht aber sinnlos auf der Nachricht. Echt? Ja. Also gehen wir lang. Und du vertraust der Nachricht? Okay. Der hat 333 Bewertungen. Versucht rechts und dann Höhle. Oh, dann gehen wir in die Höhle rein. Ich meine, scheiß auf das. Okay. Vielleicht sollten wir doch wieder weggehen. Meinst du? Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich so ein ungültes Gefühl bei der Sache. Vor allem, weil da Leuchtfeuer war. Wäre das auch vielleicht mal ganz integriert, das zu entzünden einfach. Ich weiß nicht, ich bin manchmal recht kreativ, aber... Ja. Oh. Ja. Sprüge mal runter. Begeistert. 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 Ich bin C-geistert. Toaster Herrscher der Welt hat ein Leuchtfeuer entzündet. Echt? Danke. Ah, nee, ich wollte keine Fackel anzünden. Ja, mach mal eine Fackel anzünden. Toaster, Toaster, warte, warte. Hier. Wärm dich. Okay. Danke. Nimm sie mal mit. Vielleicht macht sie ja das Eis kaputt. Nein. Wow, da ist es... Oh, ich mag die nicht, die mit dieser Riesenhand. Bam, ich hab ihn gebackstappt. Oh, finish him. Stimmt. Und du musstest ihm natürlich wieder den Todesschoß verpassen, ist klar. Klar, ich mach hier die harte Arbeit. Also, du hast noch nie einen Menschen umgebracht, ja? Außer, dass du schon... Oh, 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 bitch. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Oh, der hat nicht den Ausdauer mehr. Und der wurde gar nicht getroffen, weil der hat es angerufen. Tja, ich würde sagen, ich werde langsam besser. Ich werde hier ein wichtiges, genau. Du, lieber siehst da was wichtiges. Enges Gebiet voraus. Oh, oh, komm. Ey, schreib mal die Nachricht direkt hier vor dieser Frau. Ja. Was denn? Na, direkt... Enges Gebiet voraus. Aber das enge Gebiet hier ist viel spannender, komm. Erkund es mal, das enge Gebiet, das voraus ist. Positiven Werten erst mal. Da, enges Gebiet voraus. Komm, Malef. Wow, ich bewert es auch. Oh, wow. Und jetzt mach das vor der Frau nochmal. Enges Gebiet voraus. Nein, man. Nein, man muss uns nicht auf dieses Niveau herablassen von den ganzen anderen. Guck mal da, die Bitches, die beobachten uns einfach. Siehst du was da oben? Was? Die Storger-Bitches. Brauchen die uns zugucken? Das gibt es hier gar nicht. Alter, hast du es gesehen? Ja, habe ich. So ein Schaden, Alter. Ja, Junge. Weißt du was? Ich werde die da oben mal. Oder kommt man da. Kann man da nehmen. Da muss man irgendwie hochgehen, weil. Ja, hier. Nee, doch nicht. Aber irgendwie muss man da hochgehen. Ist auch ein Item oder so, glaube ich. Na egal, scheiß auf die Bitches. Nee, ich habe das Gefühl, dass wir alle töten müssen irgendwie. Ja, ganz am Ende steht dann, tut alle Bitches. Ganz genau, auch mit dem Wort laut Bitches. Ja, klar. Wie auch sonst. Nee, ähm, bei diesem, ein Boss da, ne? Da kann man ja noch Hilfsgegner Simone und ich glaube, dafür muss man die Bitches töten. Nee, ich glaube nicht. Du ziehst es ein bisschen zu weit hinaus ins Tal. Ich gehe mal durch die Tür, ne? Oh, einfach nicht von dieser Seite. Wow. Wow, der sieht stark aus. Ja, der ist in der Tat. Aber ich backstabine mal. Alter. So viel zu stark. Bastard-Tradle ziehen in Gefahr? Leck mich. Was? Reparaturpulver. Aber meinst du es auch schon ziemlich gedamaged? Ja, ist heftig, ne? Was hier alles abgeht. Ich habe ja noch ein paar andere Waffen, die so einen Unfall benutzen. Die sind halt irgendwie gar nicht geupgradet, aber hey. Ich habe nicht. Ja, meine sind auch nicht geupgradet, so. Ich werde auch mal Reparaturpulver benutzen. Fusch, Fusch. Feenstaub über mich schütten. Ach, da vorne steckt er drin, der... ...der Schlingel. Der Schlingel. Wow, ich mache ihm so viel Schaden mit meinem Bogen. Ja, komm doch einfach mit Mensch. Scheiß auf den. Ha, mit Mensch, weil das war... Was ich hier für krasse Wörterbilde. Ja, mit Mensch ist... Oh, hier drin ist gar kein Schneesturm mehr, oder? Oh, ist das schön. Ja, hier ist es. Hier müsste der Gegner drin sein, oder? Äh, wahrscheinlich. Hi. Oh. Hier ist... Und hier ist... Gar nichts. Ein Mömik. Echt? Ja, guck da. Da. Ha, ha, ha. Hä? Ich bin sehr ernst. Vorsicht vor Nachahmung. Ne, ich meine, ha, ha. Achso. Ah. Kann man die befreien? Ne, kann man die Kisten befreien? Nö. Versuch ein Fackel. Warte, ich hab, ähm... Sollen wir's glauben? Ich probier mal was. Falle voraus. Aha. Äh, nö. Wäre logisch gewesen, aber nein, das ist... Dark-Zo2, hallo. Das ist feuerresistentes Eis. Ich vergaß. Ja. Was? Ich weiß. Oh, warum hast du mein Maxxer geklaut? Ich hätt das gerade voll vor. So, dann dreht er sich so ein bisschen bei dir. Wie nochmal? Typ. 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 Ich will auch ein Anime-Protagonist werden, weißt du das nicht? Achso, und du machst dann immer Typ. Ja, genau. Oder du bist einfach so eines der niedlichen Viecher, die... Ja, meint ich eigentlich eigentlich gar nicht. Typ. Würdest du mal einen Typ in einer anderen Tonlage etwa nicht niedlich? Doch. Doch. Ich hab nicht das Gegenteil behauptet. Oh mein Gott, ein Gegner! Oh je! Und ich glaub, ich weiß, wo wir gerade sind, ungefähr. Ja, beim Fahrstuhl. Richtig, warum weißt du das? Weil ich da gerade die Ketten gesehen habe. Ah. Die Ketten sind immer in Fahrstuhl, ne? Ja. Ja. Oh, jetzt wär ich fast runtergefallen. Das ist eigentlich ziemlich komplett von dir. Leider ist es halt der Fahrstuhl. Die Säge kommt hoch. Ja. Ähm. Ey, man kann ja doch auf die Säge drauf. Ich nicht. Aber wir wollen da nicht runter, oder? Nee, aber kaum an die überhaupt runter. Ja, klar. Oder? Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Äh. Vielleicht wird es der Später voll das Kasse passen, oder so. Alter, was kommt da für Geräusche, ey? Weiß ich nicht. Äh, du kämpfst da schon, ne? Ich bin schon mal weiter. Ich kämpfe nicht, äh. Ah, ah, Hunde. Ah, Hunde. Ah, Hunde, Mann. Hundis. Okay. Ich hab schon verstanden, well. Menschenbild. Schön. Weißt du nicht dieses... Was? Naja, das... Nee, ich bin taub. Ketten und Schreien und... Ich war eigentlich echt nichts. Ha, was auch immer. So, mir bereitet das Sorgen. Seh, deine großen Helden. Hurra. Also, von mir, haha. Da geht's nicht weiter. Wo kommt der Gegner mit her? Sag ich doch, da ist ein Geräusch. Du bist das Geräusch, ey. Nee. Nicht, ich dachte. Nee. Oh, okay. Illusion voraus. Das kommt von mir, aber... Was? Okay, Illusion voraus, hat recht. What? Was ist das für eine scheiß Illusion? Ja, ist ja einfach mal ne Leiter. Find ich logisch, Dark Souls 2. Ja, genau. Voll fair und so. Warte, ist das nicht ne Mimik? Pass mal auf, nö. Okay. Was soll der Scheiß jetzt? Aber ich find das cool, weil da denkt man, oh, da kann man nicht hoch und dann kann man doch hier hoch. Ich find das halt was. Ja, aber ist das denn für eine Illusion, bitte? Das ist lächerlich. Eine Unsicht, lächerlich. Als würde ein Charakter, wenn du... Guck mal, stellst du fast erstmal die Rolle und eines Charakters. Du gehst jetzt so lange und so, ja, ach, gucken wir uns mal die Wand, ja, ach, hier ist ja eine unsichtbare Leiter, ja, gut, gehen wir hoch. Ich war eine WTF. Das sind für die Menschen, die mit der Hand immer an der Wand entlang streichen. Ja. Im Supermarkt. Ja. Ja, ich schaue immer drauf, weil ich kann so, hey. Damit es so aussieht, als würdest du auch was machen. Ja, genau so. Na? Uuuuuh. Komm, du schaffst es, Toaster. Was schaffe ich? Nichts. Ich war drauf. Kein Backstep. Ah. Ich hab's geschafft. Ich hab mich mal für dich abgelenkt, ne, damit du auch mal der Vollzeit mit das Wasser. Ja. Vorsicht, Vorloch. Was für noch? Das Loch. Oh. Was auch? Ich hab's nicht zurückgegeben. YOLO. YOLO. Nee, Hashtag Dildo. Ich hab' um. Oh, ich glaub' wir sind wirklich bei dem Boss oder so. Da, 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 da. Aber ich find' das Gebiet echt cool aufgebaut. Ich weiß noch nicht, ob ich hier sein will. Wahrscheinlich nicht, aber, äh, ja. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Aber doch mal ist das Licht, von dem ich gerendet hab', was dann ergeblich nicht gesehen hast. Das Licht. Weil du ziemlich blind bist. Ah, guck mal, da, da ist ein Gegenstand, weil wir die einfach aufheben, dann... Hört das ja auch. Mir wird das Licht nicht angezeigt. Ich bin da so nicht blind. Auge der Priesterin. Okay. Auge der Priesterin? Ja, Auge der Priesterin. Was macht denn das? Ist das ein Klüsseleiter wahrscheinlich? Ja. Ja, würd' ich auch sagen. Gewährt den Blick auf das Unsichtbare. Oh. Vielleicht hättest du jetzt die Leiter sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich weiß schon, wofür das ist. Aber ich spoiler's nicht, weil ich bin mir echt nicht sicher, ob es dafür ist. Wofür ich denke, dass es dafür ist und so. Genau.